ARD Text im Auftrag von Funk Ach, dann doch schon der 1 So, jetzt ist mein Freund Schicht Das ist glaub'n Bug, oder? Das ist nicht gewollt Denk schon BAM 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 Naja, sind da jetzt eigentlich genug da? Ja, jetzt hier Ah, jetzt geht's Ja, wenn keine anderen Spacken stressen, ist das easy Da drüben ist wieder einer Hey, wo darf ich aus? Bist du, du kleiner Hundesohn Wir hauen den hier schneller Mann, du bist jetzt 5 Level Übung mehr Das ist einfach der eben Mach halt vom Boden sogar 3k, ne? Guck mal Ne, der Daumen geht Ich hau grad vom Boden Guck mal Genio 4 Schamanes hier 3 Wege schnittet man nicht Ja, schau mal auf Ah, guck mal hinter uns sind wieder 2 gespawnt Mhm, hat gesehen Also Beeilung Irgendwie Backt auch ein bisschen grad meine Status-Dings Ich hab die ganze Zeit auf Witt geskillt Aber hab immer noch 27 Punkte drauf 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 4 2 Oh, nice. Kampfrausch! Noch eins bis Ende 9. Was? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin, Mann? Unter dir entspannt, Mann. Los guck, ob da unten einer steht. Oh, Mann! Lass mal schauen, ob die 65er da sind. Vielleicht ist ja da hinten besser, weißt du? Wo bist du? Wo bist du? Ja, ne, ich bin wieder Richtung Teleportler. Teleportler, ey. Okay. So. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ah, hier sind auf jeden Fall ein paar 65er. Gucken, ob die auch so easy sind, ne. Nein, wir sind sie nicht, aber wir versuchen heute, ne. Es gibt keinen Wettbewerb mit dir. Ja, es hat auch kein Mädchen mit vielen Dings gewesen, ne. Bauen sie sich noch. Bauen sie sich noch. Bauen sie sich noch. Eine Scheiße. Wie kommt denn da jetzt gerade? Einer aufs Deal. Oh oh. Oh oh. Lusi. Geistermaskenpanzer. Geistermaskenpanzer? Geistermaskenpanzer, hä? Ach, die 54er, super. Ja, hier ist jemand dran gestorben. Ist doch nicht unser Problem. Ok, die Mobs hier sind schonmal nicht Apo. Oh. Na gut. Oh, du stehst dann. Naja, wenn wir da herfahren. Ok. 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 Mach rein, Dogi. Trotz! Hast du noch irgendwo einer gesehen? Na ja, hier hinter. Komm weiter. Da, ne doch nicht. War gar kein Mädchen. Doch da. Ah, ich halte halt nichts aus, ich hab keine Witz gelungen, ich hab... ja, Intu... Frangendes Katzenkleid... Ah, der Made in Spawn gesuckt ein bisschen, finde ich... Irgendwie nicht, ja... Ich weiß nicht... Da hab ich gelovellt, oder irgendwas nicht, dass ich vorhin war das... ... war instanti möglich... Na gut, hier sind jetzt... Guck mal, jetzt haben wir hier noch 4 Stück... Na gut, hier geht's... Wieso stepp ich denn immer, Alter? Ich will den Scheiß nicht tanken... Ja... Findest du cool dafür? Mhm... Oh, hier sind auch noch 3 Stück, Tobi... allein in der Richtung... Wieso Level bist du? 47 schon, Alter... Du bist jetzt schon 6, glaube ich... Ich hab keinen Bock mehr, ohne Scheiß... Tja, jetzt sind mal deine 500 Steine geholt... Guck mal, ich hätte ja schon erwarten können... ... bis in 5 Minuten hier oben... Machst du da? Du bist gestorben... Ich kann's mit so einem Sefflecken... Ich stell mich jetzt hier hin bei, oder? Na, John... Ich brauch's, ist okay... Sachen schießen, aufheben... Und nochmal ein Ausschweigen... Plus 2 aufheben... Oh, ich denke... Ich hab noch mal aufheben... Du, ey... Ich hab noch mal aufheben... Soll ich mich ne Macke? Leiter Truhe! Sag ich mal an die Kiste... Streitwolf-Siegel... Augg... Hubi komm her aufheben Warum muss ich denn die Scheiße mal aufheben? Wie schamig ist Weck damit alter Was hab ich denn mit dem Mist Hast du die 40er Truhe schon aufgemacht? Nö mach ich auch nicht Wieso? Keine Angst Alter komm da hab ich gerade gemacht ne Wolfs Urkunde Brauch ich nicht den Schrott Nehmt mir nur unnützten Platz weg Ja so ist das Schaden ja Na start ist ab Oh man hätt ich auch reingehaut der nicht geschafft Dann hau sie doch nicht ohne Aura wenn du weißt du schaffst es nicht Wow bist du blöd Das war ich nicht das macht er automatisch Hab weggeklickt vom Netin Ja 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 Habt er vorhin auch schon automatisch gemacht Ja 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 Wahnsinn ja Ich lemmte sie erstmal ein 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 Und auch die machen Schaden oder Das ist Schaden oder Freunde Ich lemmte sie Wut des dunklen Steins Aber ich hab mich grad gestreckt du Affe Ja das sind die komischen Zauber des Eis Pisse euch doch mal macht nicht so einen Schaden sonst krieg ich deine Rinden Da wuchtest du den Steins Ja hab ich Da hinten Da drüben Ist der Halbmondring handelbar? Ich glaub ich dir den gebe Was ist der Macke oder was? Nee das war eine normale Frage Das war eine normale Frage Weiß ich noch Bestimmt wenn die welche verkauften Ich hab auch nicht die Schaden zu machen Dann sag ich gleich alle Fresse Hallo Danke Easy 1-9 Dann mach mal ohne Kampfrosch Dominik Mit ohne Kampfrosch Machen die zu weniger Also viel weniger dann Oh der Mädchen hier an dem Stein Sieht aus wie ein Mädchen in einer Fotze Alter Der euer Kopf macht Mit echt zu einem Haarenfoto Ja Nein Schreib mal Fottenstein Probier euch den Aura an jetzt verreckt Nee Wenn ich jetzt sterbe Oh Das ist Junge von der Seite Sieht das aus als ob das da Kitzler ist Junge Jo kommst du da rein? So ich sollte ja ohne Kampfrosch machen Jetzt hab ich's veressen Hab ich schon mal angemacht Ach ich schaff's aber auch mit Kampfrosch easy Wo warnt ihr das? Kann mir nicht rein Das ist Guck mal das sieht aus wie ein Kitzler alter Guck mal ich hitte ihn Oh ich mach keinen Charme Äh Hier jetzt Äh 65ern Da Ja da drüben tue ich Nee wo willst du hin? Komm zurück Hallo komm her Alter du nervst so ne Wo bist du? Hallo Ich hab dich doch schon mal ein Wärter zerfetzt Aber denk mal zurück Es war 2013 Und glaub ich Scooby Plus Nach dem Medien bin ich 43 Ja? Äh Aaaaaaah Nee das meint er nicht ernst Das meint er nicht ernst Der Medien ist dauer gegangen Und ich bin gestorben Hör mal auf Tobi Das ist überhaupt nicht lustig Dann fahr mich nicht mehr wenn du sowas nochmal machst Ey jetzt nicht rum Nee das ist behindert Weil ich alles jetzt sortieren muss Und das mir Platz ohne Ende wegnimmt Achja komm Und die Technik an Gary Vogel Das für ein harter Diss Du hast schon wieder Komm rausch an Du bist ein Spast Aber ich schaff's doch trotzdem Um die Rechenbus zu bringen Na haben wir ja gerade gesehen Und den Medien zu tun Und den Medien zu tun Das ist alles gut Eiskiller Walwurm Warum höre ich denn die Karotte auf? Schöne Grüße von Geo Es geht um Und ich werde das schauen Und die Anzahl Eine die Maske Du kannst die Hand Und die Sa общем Du kannst die Ecken Sie in meinem Land Ich da drüben Du bist ein Mann Du bist ein Mann Ich werd nichts von Trage Du bist kleingrunde Mit deiner Stimme Mit deinem Mann Sag du bist ein Mann Du bist ja was erkanne Du kannst doch gleich Du kannst ihn Du kannst dich nicht Du kannst du das Sandbild Du weißt es noch Kein Aura mehr an das schaffst du nicht ohne Aura Wieso sind die alles ohne Aura schaffer alter? Dich alle ja hier korrekt doch Verrecken sollt ihr ja hier Licht wechseln, ich hol jetzt den Medin Ja, ja Bisschön Du kriegst Hinten war noch einer, komm Oh Ja Jetzt hab ich krankfroisch aus Blutie Du hast auch ein richtiger Blutie Oh my god Alter, bist du jetzt 50? Jo Ja geht nicht, oder? Genauso viel Schaden, wie wenn ich keinen Frosch annehme Handschuhe weißer Kaiser Soll ich mir mit? Ja Kommst du? Die scheiße Fein, da ist ein Handschuhe weißer Kaiser in so einem Schrott Hier die Muschi gehauen, siehst du ja noch? Guck mal von der Seite Wieso? Hab ich schon Irgendwie schworren die Medins hier nicht nach, ne? Warte mal, hier sind so viele Mops, da hat bestimmt gleich mal die Stormarmäten da jetzt verdeckt, oder? Ja? Nee Dominik Was? Ich verfolge dich Ja Nein Mann, die spawnen nicht auch hier links Drei Stück Drei Stück Drei, ja und da jetzt noch einer sind Ey jetzt ist da noch einer Wo ist jemand? Nicht lustig, Alter Ist, ist fast firste level Ich verschwinde Willst du mal vom Kopf Everybody Nein, da hab ich keinen Bock drauf Ihr habt einen roten Dingling, da haben wir gerade einen Schrott Alter Mann Ich sterbe jetzt Das wird peinlich Nee Mit Buff Er macht so ohne Ich War gut, er hat 1000 Ich weiß auch Naja, nachdem wir hier mal was machen User joined your channel Hallo Jungs Hä? Hä? Was haben wir im Laden geschaut? Matze hat ausgeschaut Ich hab 16k, ey Ich hab 17k, ey Naja, passt hier, der muss ja auch schon um 24 Uhr Ich hab 17k, ey Ich hab 17k 17, ne? Ich hab ein V-S-Plus-Nein verkauft Was dafür bekommen? 5k 5k So, das war schon aber auch schon mit der Folge Werden wir in der 2.55 und dann geht's ins Feuerland Dann ist noch ein Packet Loll